Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch kurz über unsere aktuelle Gewinnspielaktion informieren. Unsere Freunde von Gedanken tanken haben uns 5x2 Karten für die zweite Frankfurter Rednernacht am 8. Juli 2017 zur Verfügung gestellt. Es werden auf diesem Event wie immer Top Speaker auftreten. Unter anderem Tobias Beck, Matthias Jackel, beide hier schon im Podcast gewesen. Benedikt Ahlfeld, Dr. Stefan Friedrich, Calvin Hollywood, Dr. Nikolaus Förster und einige mehr. Lasst euch diese Veranstaltung also nicht entgehen. Und um zwei Karten zu gewinnen, bewertet einfach unseren Podcast hier mit einer kreativen Rezension bei iTunes. Schickt mir euren Screenshot per E-Mail an normen.markenrebell.de, normen mit A-N am Ende und schreibt in die E-Mail mit rein, welchen Interviewgast ihr hier im Podcast gerne mal hören würdet oder welches Thema euch besonders interessiert. Die Gewinner werden wir in einer Special-Folge hier im Podcast am 29.05. bekannt geben. Das als kleiner Hinweis für euch und nun geht's los hier. Der Einfluss von Social Media auf die Führung deiner Marke. Darauf kommt es bei Social Media Marketing jetzt an. Social Media Marketing ist längst eine grundlegende Säule von Online-Marketing geworden. Ohne Facebook, Twitter und Co. geht heute einfach nichts mehr. Dabei bieten die einzelnen Plattformen Online-Marketern auch immer mehr Möglichkeiten, um ihre Marke zu präsentieren und ihrer Zielgruppe eine einzigartige Customer Journey zu ermöglichen. Wir haben alle wichtigen Trends im Bereich Social Media Marketing für dich gesammelt, sodass du auch 2017 die Nase vorn hast. Künstliche Intelligenz verbreitet sich immer stärker. Eins der Stoff von Science-Fiction-Romanen und Filmen hat Künstliche Intelligenz, kurz KI oder AI genannt, bereits den Sprung in die Wirklichkeit geschafft. Digitale Assistenten wie Siri, Alexa und Cartona erobern mehr und mehr unseren Alltag, der sich mit diesen und ähnlichen Entwicklungen wahrscheinlich grundlegend verändern wird. Doch auch in anderen Bereichen wird Künstliche Intelligenz bereits erfolgreich eingesetzt. Chatbots stellen eine kleine Revolution im Bereich der Kundenkommunikation dar und vereinfachen diese sowohl für Unternehmen als auch Konsumenten gleichermaßen. Während Unternehmen Mitarbeiter einsparen können, dürfen sich Kunden über prompte Antworten auf ihre Fragen und eine ebenso rasche Bearbeitung sonstiger Anliegen freuen. Ob die Annahme von Bestellungen oder die Auskunft zu allgemeinen Themen, Chatbots können vielseitig eingesetzt werden. Nicht umsonst sind Google, Facebook und Twitter bereits in den Chatbot-Markt eingestiegen. Als Social-Media-Marketer solltest Du Dich daher unbedingt jetzt mit dem Thema Chatbots auseinandersetzen. Social Influencer werden noch wichtiger Bereits heute hat Influencer-Marketing einen hohen Stellenwert. Auffällig dabei ist, dass der Fokus immer mehr weg von Blogs hin zu Social-Media-Kanälen geht. Blogger sind also nicht mehr so wichtig wie früher und werden nach und nach von Social-Media-Persönlichkeiten abgelöst. Diese haben nämlich genau das, was Du als Online-Marketer suchst. Eine große Reichweite, viel Credibility sowie das Vertrauen ihrer Zielgruppe. Du solltest daher unbedingt versuchen, mit den für Deine Branche wichtigen Social-Influencern zusammenzuarbeiten und so von ihrer Authentizität und Reichweite zu profitieren. Selbstverständlich musst auch Du ihnen etwas bieten, um eine Zusammenarbeit mit Dir attraktiv zu machen. Das kann ein Interview auf Deinem Blog ebenso sein wie eine Vorstellung ihrer Tätigkeit oder ihrer Karriere. Wir empfehlen Dir daher, Kontakt mit jenen Social-Influencern aufzunehmen, mit denen die Voraussetzungen für eine produktive Zusammenarbeit stimmen. Chats werden monetarisiert Wahrscheinlich hast Du Dich als Online-Marketer schon einmal gefragt, wie es möglich wäre, Menschen, die soziale Medien ausschließlich für private Plaudereien nutzen, zu erreichen. Und somit bist Du nicht allein, denn hierbei handelt es sich um eine der brennendsten Fragen im Bereich Social-Media-Marketing. So gibt es bei Facebook bereits konkrete Bestrebungen, den Messenger zu monetarisieren und auch was Snapchat betrifft, mehren sich die Gerüchte um eine fortbestehende Monetarisierung. Für Dich bedeutet dies, dass Du Wege finden musst, um potenzielle Kunden auf diesen Kanälen erfolgreich anzusprechen. Obwohl es hierfür noch kein Patenzrezept gibt, wird wohl kein Weg an extremer Personalisierung vorbeiführen. Snapchat wird eine noch größere Rolle spielen. Snapchat hat eindeutig den Nerv der Zeit getroffen. Unmittelbare Momentaufnahmen, mobil und absolut dem momentan vorherrschenden Lifestyle entsprechend, haben Snapchat zu einer der größten Social-Media-Plattformen werden lassen. Dabei hat zum Start dieser Plattform kaum jemand mit einem derartig durchschlagenden Erfolg gerechnet. Experten gehen davon aus, dass der Zenit jedoch noch längst nicht erreicht ist und Snapchat 2017 noch wichtiger und größer werden wird. Du solltest Dir daher überlegen, wie Du Snapchat in Deine Online-Marketing-Strategie einbauen kannst. Social Commerce kehrt zurück Gut, es gab bereits einige Versuche, Social Commerce ins Rollen zu bringen. So richtig wollten sich Buy-Buttons und Co. bislang jedoch noch nicht durchsetzen. 2017 könnte jedoch den Wendepunkt für Social Commerce bedeuten und diesem endgültig zum großflächigen Durchbruch verhelfen. Dies liegt alleine schon am riesigen Potenzial dieses Bereichs, dass sich Online-Marketing früher oder später einfach nicht entgehen lassen kann. Wir können Dir daher nur empfehlen, Dich dementsprechend vorzubereiten und Dich bereits jetzt mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Die organische Reichweite wird immer unwichtiger. Auch was Social Media betrifft, wird organischer Traffic immer mehr von Paid Traffic abgelöst. Während organisches Social Media Marketing jene Tools nutzt, die auf den jeweiligen Plattformen kostenlos zur Verfügung stehen, arbeitet Paid Social Media Marketing mit bezahlten Anzeigen und Nachrichten, die Usern ziehgerichtet eingespielt werden. Selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um irgendwelche User, sondern um solche, die einem bestimmten User-Profil entsprechen. Jene Zeiten, in denen Du genau wusstest, wer Deine Posts sieht, gehören somit der Vergangenheit an. Höchste Zeit also, dass auch Du Dich auf diese Veränderungen einstellst und entsprechende Maßnahmen setzt. Es wird wohl kein neuer Big Player auftauchen. Viele sind sich einig. Snapchat war das letzte große Ding auf dem Social Media Markt. Die Band ist damit sozusagen komplett und niemand rechnet mit einem neuen Konkurrenten, der den alten Hasen ernsthaft gefährlich werden könnte. Doch damit nicht genug. Einige wenige große Firmen teilen sich die etablierten sozialen Netzwerke untereinander auf und beherrschen somit die Welt der sozialen Medien. So gehören Instagram und WhatsApp, Facebook, während LinkedIn vor kurzem von Microsoft gekauft wurde. Nicht zu vergessen Google, der ebenfalls zu den ganz Großen im Geschäft zählt. Diese Entwicklung wird 2017 ganz sicher so weitergehen, ebenso wie die stetig steigende Nutzung von sozialen Medien. Social-Media-Seiten sind die neuen Suchmaschinen. Bereits heute gibt es auf Facebook rund zwei Milliarden Suchanfragen täglich. Und dabei werden längst nicht nur Freunde gesucht. Experten sprechen daher bereits jetzt davon, dass Facebook zum zweiten Google und diese Suchmaschine letztendlich sogar als Nummer eins ablösen wird. Die logische Konsequenz daraus ist die Entwicklung einer Facebook-SAM. An einer solchen wird im Hause Facebook auch tatsächlich bereits gearbeitet. Du solltest daher auch im Bereich dieser Entwicklung 2017 unbedingt am Ball bleiben, um keinen wichtigen Schritt zu versäumen. Immersiver Content ist nicht zu stoppen. Mittendrin statt nur dabei. Was einst der Slogan eines deutschen Sportsenders war, könnte auch das Motto von Social-Media-Marketing im Jahr 2017 sein. Mit immersivem Content werden User in Markengeschichten hineingezogen und quasi zu einem Teil dieser. Ein Meilenstein dieser Entwicklung war die Einführung von 360-Grad-Videos auf Facebook. Diese stellen jedoch nur den ersten Schritt einer bahnbrechenden Entwicklung. Der zweite wartet bereits in den Startlöchern. Mit Virtual Reality wird eine lange, nur aus Science-Fiction-Filmen bekannte Technologie 2017 endlich massentauglich. Dabei lassen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten Großes erwarten. Sowohl in den Bereichen Kommunikation und Unterhaltung als auch auf dem Gebiet der Bildung können mithilfe von Virtual Reality bisher unbekannte Erlebnisse Wirklichkeit werden. Und das ist erst der Anfang. 2017 bringt auf diesem Gebiet sicher noch mehr. Live-Videos sind ein Muss. Videos gehören längst zum Grundrepertoire des Social Media und Online-Marketings. Neu sind allerdings Live-Videos. Facebook Live markierte den Anfang dieser Entwicklung, die Videos auf Social-Media-Plattformen auf eine neue Evolutionsstufe gebracht hat. Dabei hat es Facebook Live nicht nur geschafft, Videos auf Social Media massentauglich zu machen, sondern auch eine weitaus größere Zielgruppe als Twitter per Scope zu erreichen. Live-Videos zählen daher zu einer der wichtigsten Entwicklungen, die du 2017 unbedingt im Auge behalten solltest. Twitter ist nach wie vor wichtig. Stagnierende Nutzerzahlen, enttäuschte Anleger, die Nachrichten rund um den Kurznachrichtendienst Twitter sind in letzter Zeit alles andere als positiv ausgefallen und haben dazu geführt, dass viele bereits an dieser Plattform zu zweifeln begonnen haben. Nichtsdestotrotz hat Twitter es geschafft, sich als einer der wichtigsten Social-Media-Kanäle zu etablieren. So machen Fernsehsender und News-Outlets nichts lieber, als die Tweets wichtiger Persönlichkeiten zu zitieren. Dies wird auch in diesem Jahr so bleiben, sodass du Twitter allen Unkenrufen zum Trotz keinesfalls abschreiben solltest. 2017 bringt frischen Wind für Social-Media-Marketing. Social-Media-Marketing ist eine wichtige Komponente erfolgreichen Online-Marketings und sollte daher keinesfalls vernachlässigt werden. 2017 bringt eine Vielzahl interessanter Entwicklungen in diesem Bereich, die dir unzählige neue Möglichkeiten eröffnen. Ob Live-Videos, Chatbots oder die immer wichtiger werdende Rolle von Social-Influencern, wir können dir nur empfehlen, die Trends im Bereich Social-Media-Marketing nicht zu verschlafen, sondern diese unmittelbar für deine Marke einzusetzen. So gelingt es dir auch 2017, die Konkurrenz abzuhängen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Wenn ihr über neue Podcast-Folgen automatisch informiert werden wollt, dann nutzt gern unseren E-Mail-Service. Ich lege jeden Monat für euch exklusiv ein kostenloses E-Book obendrauf, gebt dafür einfach markenrebell.de ein und dort auf der Page könnt ihr euch die E-Mail-Liste eintragen. Also wertvollen Content ohne Werbung, ohne Spam versprochen für eure Inbox. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, wäre es großartig, wenn ihr euch kurz Zeit nehmen könntet, um mir eine Bewertung bei iTunes zu hinterlassen. Dauert nur wenige Sekunden und ihr helft mir dabei ungemein, die Show hier für euch noch viel, viel besser zu machen. Ansonsten schaut euch unbedingt noch unsere Mobile-App Come2Coach an. Wir bauen hier mit ausgewählten Mentoren die erste Mobile-Academy für Führungskräfte und Unternehmer auf. Freut euch auf wertvolle Inhalte von wertvollen Menschen, die mit euch in Live-Video-Coachings ihr Wissen teilen. Mehr dazu unter come2coach, also come2coach.academy. Alright, that's it. Allerdings, wie immer in den Shownotes, nur das Beste für euch und bis bald. Ciao, ciao.